Kann man so ein bisschen drehen oder was so? Ja, ich sage meistens noch, Selfus Leute, halt den Test. Atomic... Ich will halt jetzt so sagen, Selfus Leute, halt den Test mit den Farianern, mit dem Niederrheinern. Und dann sage ich eben noch, Atomic 171 S, wahrscheinlich Importeur, der da zumal Straight Fireworks und dann keine Meinung von Fragen. Hast du das dann in einem Zug durch oder unterbrichst du das und schneidest das dann nachher zusammen? Nein, ich mache das alles unter Anzug. Ich schneid da gar nichts mehr. Das ist... Oha, die Frau...